Dr. Logan am Apparat? Hey, Alter. Ist das... ist das ein Notfall? Wenn du sie für immer verlieren willst, darfst du jetzt auflegen. Ich verspreche dir, du wirst diese Nacht niemals vergessen. Bist du noch am Rohr? Chuck, bist du noch dran? Du, was soll das Gefasel? Alter, es geht um dein Glücksbring-Ding. So wie es aussieht, ist das alles wahr. Nein, das kann nicht wahr sein, weil du mir selbst gesagt hast, dass es nicht wahr ist. Jetzt hab ich Gewissheit, alter Freund, denn ich hab all deine Betthasen angerufen. Sie sind verheiratet. Nicht nur ein paar, alle. Das ganze Alphabet in deinem PDA. Von Susan Agrezzi bis Jeannie Seiter. Jede, der du jemals deine Hasenfote gezeigt hast. Und hast du schon den monatlichen Highschool-Letter gesehen? Sarah McDowell. Mein erstes sexuelles Experiment? Gelesen, wen sie geheiratet hat? Tony Lamberto, der kleine Pisser, für den sie dich damals verlassen hat. Du weißt, was das bedeutet, oder? Wenn du Cam deinen Lümmel reinhängst, wird sie den nächsten Kerl heiraten, den sie trifft? Also wirklich so. Ich hasse dich. Ich hasse sie wie die Pest. Ich kann leider nicht dableiben, muss los. Ich hab einen, einen Notfall, ganz dringend. Ein dämmerlicher Unfall. Kinder. Sie dachten, es wären Kaugummis. Es waren Kugellager. Sie haben drauf rumgekaut und sich ziemlich viel damit ruiniert. Du siehst toll aus. Es war schön mit dir. Ich muss los. Ich muss los Gefangenen sein. Es war Lol. Ah! Ah! Ah!